In den Jahren 1764 bis 1767 fielen im Gefaudan und in angrenzenden Gebieten etwa 100 Kinder, Jugendliche und Frauen tödlichen Raubtierangriffen zum Opfer. Das Gefaudan war eine dünn besiedelte historische Provinz im Zentralmassiv. Seine Grenzen entsprachen weitgehend den des heutigen Departements Lotzere. Das angreifende Tier wird als Bestier des Gefaudan bezeichnet, einige Historiker gehen davon aus. Dass mehrere Tiere an den Angriffen beteiligt waren, die historischen Ereignisse. In den Überlieferungen der Ereignisse mischen sich nachweisbare Tatsachen mit Mythen. Als Quellen existieren folgende zeitgenössische Dokumente. Die Pfarrregister aller betroffenen Pfarreien, in denen die Namen von Opfern verzeichnet sind. Der Briefverkehr zwischen den Polizeiverantwortlichen der Auvergne in Clermont und des Languedoc in Montpellier mit ihren örtlichen Vertretern im Gefaudan, zahlreiche Berichte über die vom König befohlenen Treibjärten, zeitgenössische Zeitungsartikel und Zeichnungen. Die Opfer Die Zahl der bekannten Todesfälle variiert je nach Quelle von 78 bis 99, die der Verletzten von 50 bis 80. Das jüngste Opfer war drei Jahre alt. Das älteste wahrscheinlich 68 Jahre. Etwa jedes vierte Todesopfer war älter als 16 Jahre. In dieser Altersgruppe wurden ausschließlich Frauen getötet. Der erste behördlich registrierte Angriff fand am 30. Juni 1764 statt. Die Leiche der 14-jährigen Hirtin Jean Boulay aus der Pfarrei Saint-Étienne-de-Luc-Dares im Haut-Wivareis jenseits der Grenze des Gefaudan, wurde am folgenden Tag zerfleischt aufgefunden. Sehr wahrscheinlich lässt sich jedoch bereits ein nicht genau zu datierender Angriff auf eine Hirtin im Frühjahr 1764 in Saint-Flour-de-Mers-Waar, im Osten des Gefaudan, der Bestie zuordnen. Die meisten Opfer wurden auf Wehweiden oder Feldern überfallen, andere vor ihren Häusern, in Gärten, auf Straßen, in einer Schlucht, auf einer Flussinsel oder im bewaldeten Land, manche Angriffe der Bestie ereigneten sich in schneller Folge im selben Gebiet. Andererseits wechselte die Bestie ihre Angriffsorte häufig über Distanzen von mehreren Kilometern bzw. verlagerte ihre Aktivität in ein neues Angriffsgebiet. Viele Opfer wurden verschleppt, einige lebend. Manche der Angegriffenen erlitten neben Bisswunden Verletzungen durch Krallen. 15 Opfer wurden enthauptet, einige Köpfe wurden verschleppt. Etlichen Angegriffenen gelang es, verletzt oder unverletzt zu entkommen. Häufig älten Helfer herbei, oft bewaffnet mit Lanzen oder landwirtschaftlichem Gerät und vertrieben die Bestie. In manchen Fällen verteidigten Kinder oder Jugendliche stets unter Einsatz ihres Lebens angegriffene Geschwister oder Kameraden. Berühmt wurde der zwölfjährige Jacques-André Portefaix, der am 12. Januar 1765 gemeinsam mit sechs weiteren Kindern im Bergland der Marjoreit attackiert wurde. Die Bestie griff aus dieser Gruppe kleiner Hirten, die Lanzen mit Metallklingen trugen. Den achtjährigen Jean war irr und verschleppte ihn in ein Sumpfgebiet. Jacques setzte sich gegenüber seinen Kameraden mit seiner Aufforderung durch Jean nicht im Stich zu lassen. Und nahm als erster die Verfolgung der Bestie auf. Die Bestie war im Sumpf in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigt. Sie hielt Jean mit einer Pranke fest. Während die Kinder mit ihren Lanzen auf die Bestie einstachen, konnte Jean mit einer Armverletzung entkommen. Wegen der heldenhaften Verteidigung ihrer Kinder bei einem Angriff am 13. März 1765 im Hügelland der Gemeinde Saint-Talban wurde die etwa 35-jährige Jean Jouwe in ganz Frankreich geehrt. Jean kämpfte in ihrem Garten gegen die Bestie, die abwechselnd ihren sechsjährigen Sohn und ihre zehnjährige Tochter mit den Zähnen gepackt hielt. Es gelang Jean immer wieder, der Bestie die Kinder zu entreißen. Jean versuchte, die Bestie an der Flucht mit ihrem Sohn zu hindern, unter anderem, indem sie wiederholt auf den Rücken der Bestie sprang. Jedoch immer wieder abgeschüttelt wurde, schließlich entkam die Bestie mit dem Kind über eine Mauer. Jean ist 13-jähriger Sohn, wurde auf das Drama aufmerksam und verfolgte die Bestie mit dem Hütehund der Familie. Als der Hund die Bestie attackierte, ließ diese das schwerstverletzte Kind los. Es starb sechs Tage später. Sowohl Jacques Portefaix und seine Kameraden als auch Jean Jouwe wurden von König Ludwig XV. für ihre Tapferkeit ausgezeichnet und erhielten eine Geldprämie. Die Bestie Über Größe, Aussehen und Verhalten der Bestie ist eine Fülle von Details überliefert. Die Größe des Tieres wurde oft mit der eines einjährigen Rindes verglichen, ein Trittsiegel war lang. Der Körper der Bestie war vorn maßiger als hinten, ihre Kopfoberseite war flach. Das Tier hatte oberseits rötliches, unterseits weißliches Fell, an den Flankenflecken und entlang der Wirbelsäule einen dunklen Streifen. Das Fell am Vorderkörper war lang, die Bestie trug an Hinterkopf und Nacken einen Haarschopf, das Schwanzende war auffallendig. Die enorme Kraft der Bestie ist unter anderem dadurch belegt, dass sie auch erwachsene Menschen verschleppte. Außerdem wurde anhand von Trittsiegeln ein Sprung von neun Meter Weite rekonstruiert. Die Bestie hielt sich vorrangig in offener Landschaft auf, wo sie Opfern auflauerte und sich beispielsweise an den Boden gedrückt an sie heranschlich. Als Tötungsstrategie ist das Erdrosseln von Opfern belegt. Die Bestie verschlang in einigen Fällen innerhalb weniger Minuten große Teile des Körpers eines menschlichen Opfers. In zwei Fällen hatte sie die, einige Tage nach dem Angriff gefundenen Schädel ihrer Opfer vollständig von weichen Geweben gereinigt. Die Rufe der Bestie wurden unter anderem als fürchterliches Bellen beschrieben. Wölfe im Gefaudan Um die Mitte des 18. Jahrhunderts gab es im französischen Zentralmassiv noch eine im Vergleich zu späteren Jahrhunderten relativ hohe Wolfsdichte. Wölfe waren der dortigen Landbevölkerung wohl bekannt. Vereinzelt griffen tollwütige, aber auch tollwutfreie Wölfe Menschen an. Am 9. April 1767 wurde ein neunjähriges Kind bei Frissinet von einem Wolf getötet und ein weiteres Kind schwer verletzt. Die Art Zugehörigkeit des angreifenden Tieres steht außer Frage. Wölfe wurden im Gefaudan intensiv verfolgt, beispielsweise wurden 1766 bis 1767 innerhalb von zwölf Monaten 99 Wölfe getötet. Einige heutige Autoren gehen davon aus, dass alle Raubtierangriffe der Jahre 1764 bis 1767 Wölfen oder Wolfsmischlingen zuzuschreiben sind. Beteiligte Personen Gabriel Floreng de Chois-Elbe-Aupre, Bischof von Mende, die Wolfsjäger des Königs, die Herren der Neuval, Vater und Sohn. François-Antoin, königlicher Armbrustträger, großer Wolfsjäger des Königtums, Ritter des Ordre-Royal-les-Militaires de Saint-Louis. Sein Sohn Antoin von Botanel, der Naturwissenschaftler-Caude de Beaufort, Konservator des Botanischen Gartens von Paris, Mitglied des Instituts. Der Marquise Jean-Joseph Dabtscher, Jean Chastel, genannt die Maske und seine Söhne Pierre und Antoin Chastel. Die Position des Bischofs von Mende. Nachdem Gerüchte aufgekommen waren, schaltete sich der Bischof von Mende ein. Gabriel Floreng de Chois-Elbe-Aupre ließ in seiner Diözese ein Hirtenschreiben verlesen, das die Ursache der Plage erklären sollte. Gottes Zorn sei über die Menschen gekommen, der Bischof zitiert aus dem Buch Deuteronomium. Für die besonders ungehorsamen, zitierte er aus Leviticus, die Bauern der Umgebung konnten sich der Bestie kaum erwehren. Wegen des Aufstands der Kamisaden hatte der König alle Schuss sowie lange Hieb- und Stichwaffen einziehen lassen. Daher befestigten die Bauern der Gegend ihre Taschenmesser an langen Holzstangen, um sich überhaupt verteidigen zu können. Die Jäger nach einer Reihe von Vorfällen, von denen sogar der Königshof erfahren hatte, stationierte König Ludwig XV. Eine 57-köpfige Dragonereinheit unter dem Befehl von Kapitän du Hamel in der Region mit dem Auftrag, das Tier aufzustöbern und zu töten. Daraus ergab sich für den König auch die Möglichkeit, den Kampf der Jesuiten gegen die Hugenotten, die sich in die bergigen Gegenden geflüchtet hatten, unauffällig zu unterstützen. Die königlichen Befürchtungen, die Hugenotten könnten sich bewaffnen, konnten so zerstreut werden. Drei Gruppen beteiligten sich an den Jagden. Vom September 1764 bis April 1765 war Kapitän du Hamel mit seinen Dregnern in St. Shadabtsha stationiert. Im ersten Halbjahr 1765 ließen sich die bekannten normannischen Wolfjäger Denneval, Vater und Sohn, in Malzioi nieder. Die beiden hatten bereits über 1200 Wölfe geschossen. Im Sommer 1765 logierte François Antoine, der königliche Armbrustträger und zweite Jäger des Königs im Schloss Basset. Monsieur Antoine führte einige Dutzend Hunde mit sich sowie 14 Jagdhüter mit vier großen Hunden, die bereits einige Wölfe getötet hatten. Punkt. Am 16. August beschuldigten zwei königlich vereidigte Wildhüter die beiden Brüder Zestel, sie in ein Schlammloch geführt zu haben. Wo sie angeblich fast den Tod gefunden hatten, die beiden Zestel hätten daneben gestanden und nichts unternommen, sie wurden Ende August verhaftet. Dass die Bestie während der Haft untätig blieb, sollte die späteren Gerüchte nähren, die Zestels hätten das Tier gezüchtet. Da die beiden jedoch nur zwölf Tage inhaftiert waren, eine Zeitspanne also, in der die Bestie des Öfteren untätig blieb. Kann dies auch schlicht ein Zufall sein, bei der größten Treibjagd im Februar 1765 waren über 20.000 Personen beteiligt. Jedoch setzten sich auch während dieser Treibjagden weitere tödlich verlaufende Überfälle außerhalb des bejagten Gebietes fort. An ausgelegte vergiftete Kadaver ging die Bestie nicht, stattdessen starben einige Hirtenhunde, die davon gefressen hatten. Was zu Verstimmungen bei den Schäfern führte. Jäger, die das Tier zu Gesicht bekamen, sprachen von einem Wesen, das zu großen Sprüngen in der Lage sei und seine Verfolger oft in sumpfigen Regionen abschüttele, Kopfgeld auf die Bestie. Schließlich wurden über 9.000 Lvre für die Ergreifung der Bestie ausgesetzt. Der König steuerte 6.000 davon bei, der Bischof 1.000. Die Belohnung war für die damalige Zeit beträchtlich. Sie entsprach etwa dem Wert von 100 Pferden. Ein erstes Tier wird erlegt im September 1765 schoss der persönliche Beauftragte des Königs einen stattlichen Wolf. Antoine wollte wegen des Kopfgeldes sicher sein, auch die richtige Bestie erlegt zu haben. Er wartete daher einige Wochen, ob sich weitere Taten ereigneten. Als nichts geschah, reiste er ab, um sich in Paris feiern und belohnen zu lassen. Das Töten geht weiter. Am Südhang des Moscheeberges wurden am 2. Dezember 1765 erneut zwei Kinder angefallen. Da aber die Belohnung bereits ausgezahlt war, leugneten die Behörden die Geschehnisse. Was in den folgenden Monaten in der Gegend geschah, ist nur unzureichend dokumentiert, da die Jäger und Chronisten bereits abgereist waren. Jedenfalls fanden zahlreiche Pilgerzüge zur Kirche am Fuß des Show-Welt-Berges statt. Als Waffe gegen übernatürliche Wesen ließ Jean Chastel in der Kirche seine Kugeln segnen. Ein zweites und drittes Tier werden erlegt. Der junge Marquise Dabtscha hatte ebenfalls Probleme mit den Unruhen in der Bevölkerung. Er veranstaltete daher regelmäßige Jagden mit seinen Bauern und Pächtern. Am 19. Juni 1767 um 10.15 Uhr erlegte Jean Chastel ein riesiges Tier. Eine Woche später wurde ein weibliches Tier getötet. Danach sollen die Überfälle aufgehört haben, jedoch verbreiteten sich Gerüchte, dass Jean Chastel, der wegen Totschlags im Gefängnis gesessen hatte, die Bestie aus einem Wolf und einem Hund gezüchtet und zum Morden abgerichtet habe. Damit wurde versucht, die Methodik des Tötens, die häufig er einem Menschen zugeschrieben wird, mit den Augenzeugenberichten zu vereinbaren. Die zweifelsfrei von einem Tier sprechen. Der königliche Notar aus Langeack, Maitre Marien, beschreibt die getötete Kreatur wie folgt. Länge 1,50 Meter Schulterhöhe 0,77 Meter Maulspannweite 19 Zentimeter Auszüge aus dem Marienbericht Der 1958 in den Archives Nationales wiederentdeckte Rapport Marien wurde am 20. Juni 1767 von Notar Roch Etienne Marien im Schloss von Besk gefertigt. Es folgt eine längere Aufzählung der weiteren Körpermaße sowie eine genaue Beschreibung des Gebisses, weiterhin eine Liste mit 26 Namen von Personen, die eine Konfrontation mit dem Tier überlebt hatten und so bezeugen konnten, dass es wirklich die gesuchte Bestie war. Da der verwesende Kadaver nicht nach Paris mitgenommen werden konnte, begnügte sich Chastel mit einer abgeschnittenen Pfote. Der französische Naturforscher Georges-Louis Leclerc, Graf von Beaufort, zeigte sich allerdings wenig beeindruckt. Es gibt verschiedene moderne Hypothesen, die bezweifeln, dass es sich bei der Bestie um einen Wolf gehandelt haben soll. In den Fernsehdokumentationen der Real Wolfman und das Geheimnis der Werwölfe wurde die These vertreten, Es könnte sich auf Grundgröße, Aussehens- und Fellfarbe des erlegten Tieres um eine Tüpfelhyäne gehandelt haben, die aus Afrika mitgebracht wurde. Dagegen spricht unter anderem, dass die von Chastel getöteten Tiere eine andere Anzahl von Zähnen besaßen. Eine Hypothese besagt, ein aus Afrika mitgebrachter afrikanischer Wildhund könne die Überfälle verursacht haben. Auch die Theorie von tollwütigen Wölfen ist nicht zu halten, da es sich um gezielte Angriffe und schnelles anschließendes Verbergen handelte. Was beides nicht für erkrankte Tiere spricht. Aus dem Umstand, dass Chastel die Bestie von vorne tötete, obwohl diese hauptsächlich Frauen und Kinder, nur selten erwachsene Männer und nie bewaffnete Jäger angegriffen oder gerissen hatte, schloss der Wolfsbiologe Ronald D. Lorenz, dass die Tiere Chastel kannten und darum von ihm von vorne erlegt werden konnten. Lorenz und Michel Louis halten die von Chastel erlegten Tiere für Hybriden zwischen Wölfen und Hunden, was Größe, Färbung und Aggressivität erklären könnte, Museum. Die Geschehnisse um die Bestie vom GV Dan werden in einem Museum in Saug im gleichnamigen Kanton anschaulich dargestellt. 24 Szenen mit lebensgroßen Figuren lassen die Geschichte lebendig werden, untermalt von einer lebhaften Schilderung und Tonkulisse.